Moin Moin liebe Zuschauer. Als erstes wünsche ich euch einmal einen schönen Freitagabend, einen schönen Start ins Wochenende. Und ja, bei mir steht heute noch wieder ein bisschen Holztransport zum Segelwerk auf dem Programm. Das Bodenpump ziehen mache ich abseits der Aufnahmen. Ich habe jetzt schon ein paar Felder fertig und habe auch noch recht ein paar nach. Aber wie gesagt, das mache ich abseits der Aufnahme. Vielleicht wird doch noch mal die eine oder andere Folge kommen, aber hauptsächlich mache ich das auch noch nicht. Da muss man echt sagen, der Holztrailer, der ist echt in den Kurven echt sensibel und sogar ein leerer Trailer schon fast umkippt. So, wir nehmen mal ein bisschen Öl zu haben. Steuerung R. Steuerung R. Und B. 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 So, ich glaube, das reicht dann wohl auch, ne? Ah, der oberste ist natürlich nah gut. Entweder bleibt er drauf oder ich verliere den. Das ist von beiden. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So, jetzt schön sachte fahren. Nicht wie an die Kurven umkippen. Oh, guck mal, die Leuchten anmachen hier. Oh, guck mal, die Leuchten anmachen hier. Oh, guck mal, die Leuchten anmachen. Oh, guck mal, die Leuchten anmachen. Ja, ihr könnt ja meinen Kommentar schreiben. Wenn ihr das so findet, dass man jetzt dann auch Bodenproben ziehen kann und quasi dann ne Bodenanalyse hat. Also, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist zwar ein bisschen arbeitsintensiv, die ganzen Boden rumzuziehen, aber... ist in der realen Landwirtschaft ja nicht anders. Also, ich finde es nicht so verkehrt. Ich finde es nicht so verkehrt. Ich bin jetzt mit der ersten Ladung auf Heil angekommen. Aber was, der letzte will nicht. So, jetzt ist der Hof weg. Oh, ich war noch mal eine 2M. Ah, das Seegewege hat ja auch ein bisschen zu tun. Oh. Möken. 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 Finsch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und das jetzt auch nochmal wegbringen. Da habe ich da glaube ich eine Ladung oder zwei Ladungen habe ich da jetzt noch liegen. Das war's. 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 Das war's.